Heute zum Spielen, die Hände zur Seite, wie mit einem Springseil. Die Füße aus den Markierungen. Hey, krieg ich das an? Doch, das musst du mal besoffen machen. Jetzt aber scheuer. Die Markierungen nicht verlassen. Ey, du räumst ja voll ab hier. Die Markierungen zum Spunten. Das ist wie Getarhiro-Bommel. Ja, wir fallen komplett durcheinander. Du musst auf die Dingeräuten. Ja, ach so. Die blauen. Mit den Markierungen. Sehr schön. Und trotzdem ein paar Punkte geschafft. Kaputt. Kaputt. Kaputt.